und hier haben wir die beste eiergelotene der welt für weiche eier von mittlerer bis großer größe die gelotine wird arretiert durch den zug nach oben das ei wird eingelegt es muss an der kante unten anliegen und kann es von hinten auch durch diese öffnung noch festhalten mit dem finger und durch den auslöser links oder rechts wird das ei dann angerissen da hat man dann ein schöner sauberer schnitt voilà